Na, du hast dich aber rasch getröstet. Das ist doch der beste Freund vom Anden. Ach so. Umwege der schönen Lola. Schon der Professor Sokrates hat es mit den Frauen schwer. Und er rief aus, ich ahne es, Weiber sind doch ein Maler. Ja, wenn man die Frau historisch nimmt, wird man gleich darauf gebracht, dass sie der Geschichte lauft, bestimmt. Nur weil sie Geschichten macht. Ja, Frauen sind keine Engel. Sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herzlos sein. Nein, Frauen sind keine Engel. Und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden schon das Paradies. Sie schenken. Vielen Dank.